Leute, die nächste Social Movie Night steht ins Haus und dieses Mal geht es ein klein wenig nackt zu, denn es geht um Magic Mike XXL, die Fortsetzung von Magic Mike wieder mit Channing Tatum und er und seine Stripper-Crew beschließen, die eine letzte große Show abzuliefern und auf dem Weg zu dieser Show machen sie Zwischenstationen, das Ganze eine Art Roadmovie mit neuen Choreografien, einer Menge nackter Körper, einer Menge Sixpacks und vor allem für die Frauen eine ganze Menge auch zu bestaunen und genau zu Magic Mike XXL, der regulär ab dem 23. Juli 2015 in den deutschen Kinos startet, machen wir schon am 1. Juli eine Social Movie Night, das heißt, ganze drei Wochen vor dem Kinostart könnt ihr den Streifen vorab sehen und wir werden ihn auf Englisch, also im Originalton schauen und wie immer habe ich einen sehr tollen Co-Host dabei, dieses Mal zum allerersten Mal die Co-Hostin Kelly Mrs. Vlog und zusammen verlosen wir ganze 750 Tickets, genauer gesagt 375 mal 2 Tickets, weil jeder Gewinner oder jede Gewinnerin natürlich eine Begleitung zu dem Abend mitbringen darf und was euch mal wieder erwartet, ist natürlich diesen Film vorab zu sehen, Popcorn und Getränke umsonst, der ein oder andere YouTuber wird sich wieder auch zum Kinosaal verlaufen, coole Goodies auf den Stühlen und vor allem muss ich auch ankündigen, haben wir tatsächlich Stripper vor Ort und zwar die Sixpacks, die quasi akrobatische Antwort auf die Chippendales, die auf eine gewisse Art und Weise anders die Hüllen fallen lassen und soll bedeuten, Stripper vor Ort, da müssen wir das Ganze ab FSK 18 machen, weil wenn es dann zu nackt wird, ist natürlich der Jugendschutz gefragt, das heißt jeder der mitmachen will für diese Social Movie Night, sich bewerben muss mindestens 18 Jahre alt sein und das dann auch gegebenenfalls vor Ort ausweisen können, das heißt hier ist dann diese Einschränkung ganz ganz wichtig und da fragt sich natürlich der ein oder andere, wie kann ich jetzt dabei sein? Unterhalb dieses Videos findet ihr in der Infobox ein Formular, auf das müsst ihr einfach nur draufklicken und dann könnt ihr euch da bewerben, da stehen auch nochmal alle wichtigen Eckdaten drin und mit ein bisschen Glück bekommt ihr eine Gewinnernachricht, denn wir sehen uns dann am 1. Juli zur Social Movie Night, zu Magic Mike XXL. Wer von dem Film noch gar nichts gehört hat, dem hänge ich jetzt hier noch den Trailer hinten an dieses Video ran und bin auch fertig an dieser Stelle, freue mich auf Kelly, Mrs. V-Vlog, auf euch alle und auf einen schönen Abend, es macht immer wieder Freude und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr die Social Movie Night mögt, lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr, natürlich spätestens ein neues Video und bis dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3. Ich habe heute noch was ganz Besonderes für euch. Mal sehen, ob er es immer noch drauf hat, dieser Mike. Morgen fahren wir los nach Myrtle Beach zum Wettbewerb. Ich wünschte, wir hätten euch in unseren besten Zeiten gekannt. Ich finde, sie haben noch ihre beste Zeit, Ma'am. Wenn das wirklich unsere letzte Tour ist, könnten wir uns doch ein paar neue Sachen ausdenken. In dem Geschäft heißt es Friss oder Stirn. Wollt ihr Männer, die euch vergöttern? Wollt ihr Männer, die euch umhauen? Was sind wir? Sowas wie Wunderheiler. Ja, das stimmt. Ganz genau. Es ist nicht Bro-Time, es ist Show-Time. Seid ihr soweit? Nein, 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 nein! Ja, das ist schon die collateral. Es sei nicht. Bヤ